Der Schneeengel. Liegt draußen Schnee? Dann zieh dich warm an und such dir eine Stelle mit schönen, weißen, glatten Schnee. Dann leg dich vorsichtig rein und bewegt die Arme und Beine von oben nach unten durch den Schnee. Und dann stehst du vorsichtig auf, gehst ein paar Schritte zurück und guckst dir das an und dann siehst du deinen Schneeengel. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020